Nord Brabant lässt sich wunderbar auf dem Fahrrad entdecken. Hier finden Sie Stadt, Kultur und Natur und alles ist mit dem Fahrrad erreichbar. Die Brabanter Knotenpunktrouten bieten Ihnen ein sicheres und komfortables Fahrraderlebnis. Ein ausgedehntes Netzwerk mit ausgeschilderten Fahrradrouten durch ganz Nord Brabant. Es ist wirklich ein Kinderspiel. Auf Schildern am Straßenrand stehen die Nummern der Knotenpunkte. Stellen Sie sich einfach Ihre eigene Route zusammen, von einer Nummer zur nächsten. Dazu können Sie die Fahrradkarte oder den Online-Routenplaner nutzen. An jedem Knotenpunkt steht eine Tafel mit allen Fahrradrouten in der Umgebung. Sie können Ihre Route also jederzeit anpassen und wissen immer, wo Sie sind. In Nord Brabant erwarten Sie Fahrradrouten auf Spitzenniveau. Sicher, einladend und hervorragend ausgeschildert. Überzeugen Sie sich selbst, steigen Sie aufs Fahrrad und genießen Sie die Schönheiten Nord Brabants. Und lassen Sie sich in den vielen gastfreundlichen Gastronomiebetrieben entlang der Fahrradrouten verwöhnen. Stellen Sie sich mit den Fahrradkarten oder dem Online-Routenplaner Ihre eigene Knotenpunktroute zusammen. Auf visitprabant.com erfahren Sie mehr.